Ein Beruf, das war mal eine Auszeichnung. Das war eine Auszeichnung, die einen hervorgebracht hat. Man war in etwas von Bezeichnung, nicht einfach bloß jemand. Denn für die Arbeit auf unserer Plattform braucht man kein Wohnen, keine Autos, kein Haus. Man braucht bloß Zeit und den Willen, mit anderen Beziehungen zu treten. Ich habe das Selbstverständlichste dafür geopfert. Gastfreundschaft und meine Familie. Ich habe meine Wohnung prostituiert. Für Sie. Ich weiß, ich weiß, dass es da draußen viele Menschen gibt, die all die Dinge, die ich hier habe, dringend brauchen. Aber wie erreiche ich die? Und bevor ich sie es vergesse, so seien wir ja, so unsere Chefin. Ich bin keineswegs Familie, sondern dicker noch als Blut. Einander monetär verbunden. Du bist freundlich und höflich. Im Grenzel kennt jeder dich. Bist bewertet. Super nachbarschaftlich. Und so können wir dich sehen. Unser Grenzel attraktiver. Gestalten ist unser Ziel. Den Gemeinsinn zu verbessern. Miteinander gern zu teilen ist in unserem Interesse. Gestalten ist unser Ziel.